Ich bin aber echt mal gespannt, ob ich nachher Level 32 werde. Äh, 31, nicht 32. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Wir müssen herausfinden, was dafür verantwortlich ist. Die haben das Vieh gerammt? Mitten in der Eiswüste rammen die das einzige Lebewesen, was sich hier bewegt. Wir nähern uns der Probostätte. Die seismische Aktivität scheint ungewöhnlich, aber wir müssen noch viel über diesen Planeten lernen. Wir kommen ins Tal. Das erscheint mir nicht normal. Brin ist das auch wirklich sicher. Wir sind an mehreren Eirochs vorbeigekommen, aber sie laufen alle vom Tal weg. Das gefällt mir nicht, Mesken. Drehen wir um. Die Beben werden schlimmer. So eine seismische Aktivität habe ich noch nie gesehen. Wir nähern uns dem. Was zum Teufel ist das? Mesken, drehen Sie um. Los, los. Oliver ist getroffen. Das Ding schießt durch den Rumpf. Schneller, schneller. Ach, wisst ihr, was das ist, ein Architekt? Schusspunkt. Halten Sie die Augen nach Priyas' Leuten offen. Scheiße. Ja, da vorne sehe ich ihn schon. Verredigen wir diesen Architekten. Lassen Sie sich von seiner Größe nicht einschüchtern. Die Beine sind seine Schwachstelle. Upsala, das könnte schnell vorbei sein. Das war jetzt erstmal ein bisschen orientieren. Ich muss aufpassen, dass ich nicht so viel Munition verbrauche. Weil letztes Mal habe ich das Relikt da getötet. Beziehungsweise den Architekten, in dem ich Waffen hatte, die unendete Munition hatten. Zielen Sie auf den Kopf. Boah, das soll Gesundheitswiederherstellung Och komm schon Nehmen Sie die Beine zu Oh Oh Aua, Aua, Aua UuhuuuhU Robertioni liegen unter dem Gefrierpunkt und sinken weiter Neue Relikter auf dem Feld Was ist das? Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ach nein, meine Lebenserhaltung! Oh, bin ich ne Gurke, ey. Da hab ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht, dass es ja arschkalt ist. Vielleicht sollte ich erst die Monolithen einsetzen, oder mich beziehungsweise erst um die Monolithen kümmern, vielleicht wird's ja ein bisschen angenehmer auf dem Planeten. Da hab ich wenigstens das Frieren nicht mehr mit drin, ohne andere Waffe. Das Ding macht zwar viel Schaden, aber schießt halt auch unglaublich langsam und vielleicht sollte ich noch was in der zweiten, im zweiten Waffenslot lieber reinknallen. Halt was anderes als die Pistole, weil die schießt auch langsam, macht zwar viel Schaden pro Schuss, aber ist halt auch nicht so effektiv. Denk mal hier unten rein, ne? Da kommt sie! Da kommt sie! Ja! Tja, ist wohl in den Winterschlaf gegangen gerade. Undokumentiertes Mineral in der Nähe Pathfinder. Danke, Sam! Undokumentiertes Mineral in der Nähe Pathfinder. Boah, Leute, es blockt mich doch nicht, dass ich da nicht greifen kann. Geht doch. Aktiviere den Monolithen. Ach. Ja. 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 Ich mache jetzt immer die, wo drei in einer Reihe sind. Zuerst. Zuerst. Hm. Ah, hier sind schon zwei. Äh, dann lasst uns, nein, da kann der nicht hin. So. Jetzt wird er mich ärgern. Äh, 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 äh. Äh, äh. Ich hab's lieber nochmal zurückgesetzt. Ich hatte gerade den Anschein, dass einfach schon zu viele Fehler drin waren. Ich mach jetzt so wieder, da ich von links oben nach rechts unten versuch den Aufbau zu machen. Das ist auch nicht so schwer. Ja, aber wenn man, wenn man einfach mal den Fehler drin hat, dann ist das halt doof. Und das ist auch doof, wenn einen da bei 100 Leute zu gucken. Dann fühlt man sich ein bisschen beobachtet. Und das ist das ein bisschen beobachtet. oh jetzt weiß ich gar nicht wo der stream gerade ist und wo ich gerade bin ich darf jetzt nicht ich weiß ihr wollt nur helfen aber ich darf jetzt nicht auf den chat gucken das ist so es ist zeitversetzt ja ich sehe dass hier unten das doppelt ist das muss ich nachher verschieben in der reihe jetzt dass ich einmal ein einmal alles durch und dann kann ich nämlich auf der linie verschieben das was anderes dann sehe ich das doch besser ja hier ist nämlich das gleiche ja da oben und hier unten achso was für ein zeichen fehlt denn hier das zeichen fehlt hier eigentlich dann muss ich den noch umändern in bis das sudoku buch hier ist was der chat gerade vorschlägt ist das spiel schon durch jetzt bin ich auch schon wieder ganz raus ach wisst ihr was mir gerade einfällt weil ich glaube weil ich vorher noch gesagt habe ja hier in der mitte ist das dreieck dass jedes zeichen in diesem dreieck nur einmal vorkommen darf zum beispiel hier oder hier weil es sind genau fünf ne in dem sinne hast du in der mitte müsste nämlich der jetzt rein dann hast du mich hier alle fünf zeichen vertreten hier müssen wir den nach oben ziehen da haben wir hier alle fünf zeichen in diesem leicht bläulich eingekreisten bereich ich glaube das wollte mir vor ein paar tagen jemand erklären hmm 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 Untertitelung. BR 2018 In zwei Tagen willst du das durchzocken? Ich hatte sowas gehofft. Ich habe schon wieder alles durcheinander gebracht. Du siehst aus, als hätte es funktionieren. Yeah, ich bin ein Genie. Oh Mann ey. Aber ich habe keinen Override mehr für den letzten. Das bedeutet, den letzten muss ich auf jeden Fall machen. Da kann ich mich nicht zuvor drücken. Aber ich habe eine wichtige Erkenntnis gemacht. Hey, er ist gerespawned. Geil, weil ich komme jetzt zurück. Und in der Zeit ist wieder der nächste gespawnt. Geil, wenn du... Geil, weg. Das war's für heute. Guckt, ein interessanter Ort. 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 Ich hoffe ein wenig darauf, dass ich nochmal ein Relikt-Override bekomme. Und dann auf dem nächsten Planeten sind's dann sechs Felder. Guckt, ein interessanter Ort. Guckt, ein interessanter Ort. Nimm das, ungewöhnliche Werte. Greg, verteidige mich. Tja. Guckt, ein interessanter Ort. Guckt, ein interessanter Ort. Was ist das eigentlich für ein lustiger Typ? Der sagt, untersuch mal den Sender. Und dann bist du hier und du siehst nix. Und gleich ist es zu kalt. Guckt, ein interessanter Ort. Bin ich jetzt total blind. Ich sehe hier keinen Sender. Ja, du Hupe. Jetzt auch nicht, du meinst den Sender hier. Ne, ich meinte auch nicht. Egal, hier kann ich mich eben aufwärmen. Vor allem ist das ein Blitzableiter aus Habitat 7. Wir sind bei 100%. Ich registriere einen Temperaturabfall. Ach, ich habe das Minarei da nicht gescannt. Ich denke gerade so, warum führt er mich zum selben Monolith nochmal zurück? Weil ich unten nicht darauf geachtet habe, das Mineral mal eben zu scannen. Das Mineral ist innerhalb des Toleranzbereichs. Lebenserhaltung ist wieder online. Da ist ja immer nur so ein kleiner Fleck auf dem Boden. Tja, der letzte Monolith scheint der Cat-Basis zu sein. Die Temperatur sinkt, Hardfighter. Danke, Sam. Wir tauschen dich bald aus gegen eine Wetterstation. Die quatscht mich wenigstens nur zu, wenn ich es will. Heute sind wir eine Sprachsteuerung für Sam eingebaut. Ich habe nie eine Welt ohne die Cat kennengelernt. Der Widerstand kämpft, damit unsere Kinder vielleicht eines Tages frei sind. Ich kämpfe wegen den Chicks. Wir sind die